Hallo, herzlich willkommen bei der Ringvorlesung des SFB 1391 Andere Ästhetik. Mein Name ist Dietmar Till, ich bin Professor für Allgemeine Rhetorik hier an der Uni Tübingen und ich leite das Teilprojekt A5 im SFB. Ich möchte heute sprechen über unser Teilprojekt Reden bei Gelegenheit. Ästhetik und Pragmatik der Lobrede ist der Titel meines Vortrags und ich möchte beginnen mit einem Zitat eines Romanisten Ernst Robert Curtius aus dem Jahre 1948. Das Buch Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter hat damals im Grunde einen neuen Rhetorikboom in der Literaturwissenschaft ausgelöst. Zitat lese ich Ihnen vor. Aber wir sahen, dass die beiden wichtigsten Arten der Rede, Staats- und Gerichtsrede, mit dem Untergang der griechischen Stadtstaaten und der Römischen Republik aus der politischen Wirklichkeit verschwanden und in die Rhetorenschule flüchteten. Dass die Lobrede zu einer Lobtechnik wurde, die sich auf jeden Gegenstand anwenden ließ, das ist wichtig. Dass auch die Poesie rhetorisiert wurde, das bedeutet nichts anderes als dass die Rhetorik ihren ursprünglichen Sinn und Daseinszweck verlor. Dafür drang sie in alle Literaturgattungen ein. Ihr kunstvoll ausgebautes System wurde Generalnenner, Formenlehre und Formenschatz der Literatur überhaupt. Das ist die folgenreichste Entwicklung innerhalb der Geschichte der antiken Rhetorik. Und aus dem Zitat sieht man, welche wirklich fundamentale, im Wortsinne fundamentale Bedeutung die Lobrede oder die Epideiktik für die Literatur und für die gesamte Kultur des europäischen Abendlandes hatte und hat. Ich möchte heute über drei Punkte sprechen. Zunächst Lobrede als Gattung der klassischen Rhetorik. Die Rhetorik ist ja ein Begriffssystem und Begriffsinventar. Das wird ein bisschen spröde werden, weil diese Dinge in der Rhetorik immer ein wenig spröde sind. Das Begriffsarbeit. Ich möchte dann auf die Frage kommen, die bei uns im SFB ganz zentral ist. Die Frage Lobrede, geht es da um Ästhetik oder geht es um Pragmatik oder warum geht es da eigentlich überhaupt? Und dann möchte ich am Ende noch ein kleines Beispiel nehmen aus dem unmittelbaren Arbeitskontext des SFBs. Eine Trauerrede von Johann Christoph Gottschied auf Dorothea Schütz aus dem Jahr 1725. Damit beginnen wir mit dem Punkt 1, die Lobrede als Gattung der klassischen Rhetorik. Das ist für uns Rhetoriker immer das Fundament. Die klassische Rhetorik und dann die Wirkungsgeschichte der Rhetorik, die zweieinhalb tausend Jahre geht bis ans Ende des 18. Jahrhunderts. Also wie sieht das aus? Aristoteles in der Rhetorik unterscheidet drei Redegattungen. Es gibt früher schon Versuche, aber die Systematisierung von Aristoteles ist quasi kanonisch geworden in der europäischen Literatur. Die drei Redegattungen sind die Gerichtsrede, die politische Rede, die Entscheidungsrede und die Lob- oder Tadelrede. Aristoteles ist ja ein großer Systematiker und der ist jemand, der immer in solchen Tabellen denkt. Aufgabe des Redners kann man sich überlegen bei der Gerichtsrede, Anklage oder Verteidigung, zuraten oder abraten, bei der politischen Rede, loben oder tadeln bei der Lob- und Tadelrede. Soweit ist das klar. Die Grundlage, auf der der Redner operiert, ist im ersten Falle in der Gerichtsrede die Frage gerecht, ungerecht, die Bewertung der Tat. Dann in der politischen Rede die Fragen Nutzen oder Schaden für das Gemeinwesen und in der Lob- und Tadelrede, und das wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen, die Frage der Ehrenhaftigkeit oder der Unehrenhaftigkeit, also des Honestum im Lateinischen. Die Zeitdimension ist bei der Gerichtsrede in der Vergangenheit, klar, das ist eine Tat, die zurückliegt. Bei der politischen Rede liegt es in die Zukunft, da geht es ja um Beraten und man berät über etwas, was noch nicht eingetreten ist. Und bei der Lob- und Tadelrede eben die Gegenwart, aber eben auch die Vergangenheit und auch ein bisschen die Zukunft. Adressaten sind und darüber werde ich jetzt noch ein bisschen sprechen, weil das wichtig ist. In der Gerichtsrede Richter oder Geschworene, je nach Rechtssystem kann sich das unterscheiden. In der politischen Rede klassisch Athen, Polis, Demokratie, Volksversammlung und bei der Lob- und Tadelrede ein Publikum bei einem feierlichen Anlass. Und da gehen wir jetzt ein bisschen noch rein. Ich möchte es mit diesem Buch machen, weil ich immer mal wieder gern auf dieses Buch verweisen möchte, weil das gut ist. Heinrich Lausberg, auch ein Romanist, Elemente der literarischen Rhetorik, bisschen älter, aber Lausberg ist jemand, der extrem präzise ist in seinen Definitionen. Und da werden wir uns gleich eine angucken. Bisschen kompliziert formuliert, aber eben mit dem Vorteil, dass es sehr präzise ist. Gerichtsrede und politische Entscheidungsrede. Und jetzt interessiert uns, was haben die gemeinsam und was unterscheidet diese beiden Redegattungen dann von der Lob- und Tadelrede? Lausberg schreibt, wie gesagt, ein bisschen spröde. Die judiziale und die deliberative Gattung intendieren eine pragmatisch, das heißt im äußeren sozial relevanten Geschehensablauf, zur realisierenden Änderung der Situation. Das ist wichtig, Änderung der Situation. Da die Möglichkeit einer vom Situationsmächtigen, also vom Richter oder von der Volksversammlung zu vollziehenden Situationsänderung durch die Verhandlungslage gegeben ist. Die Möglichkeit der Situationsänderung erscheint gedanklich als Situationsfrage. Res dubia, das nennt man Questio in der Rhetorik. Also es ist eine Sachlage, die prinzipiell veränderungsfähig ist. Also zum Beispiel die Frage, ob Titius den ihm vorgewerfenen Diebstahl begangen hat, Gerichtsrede, oder als die Frage, ob die gegenwärtige Volksversammlung den König Philipp von Mazedonien den Krieg erklären soll, politische Beratungsrede. Also die Lage, wenn man so will, in beiden Redegattungen ist gekennzeichnet durch eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Kontingenz. Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, die gleich plausibel sind und es herrscht ein Entscheidungs- und Handlungszwang. Das Ziel, das ist in dem Lausberg-Zitat relativ klar, ist die Veränderung der Situation durch persuasives Einwirken auf das Publikum. Das Publikum wird also modelliert, gedacht, sich vorgestellt in der Rolle eines Entscheiders. Das Publikum muss sich entscheiden, schuldig, unschuldig, soll man jetzt vor die Stadttore in den Krieg ziehen oder soll man es nicht machen. Also das Publikum wird als Entscheider, als Kritäis, nennt man das im Griechischen, modelliert. Der muss ein Urteil fällen, dieser Entscheider. Und die prinzipielle Möglichkeit unterschiedlicher Standpunkte, die hat man eben in diesen Redegattungen der politischen Rede und der Gerichtsrede. Also es gibt prinzipiell mögliche, plausible Standpunkte. Und man wirbt eben, der Redner wirbt für die Mehrheit oder wirbt um den Richter. Und das ist jetzt ein bisschen anders in der Lob- und Tadelrede, also in der Epideiktik. Die Situation wird als konstant angenommen, als gewiss, eben nicht dubios sozusagen, wie in den anderen Zweigattungen. Und die Intention des Redners ist es, die Situation wertend, lobend oder tadeln quasi zu bestätigen. Das heißt, diese Lob- und Tadelrede hat einen affirmativen Grundzug. Lob einer Person oder eines Gegenstandes, dessen Lobenswürdigkeit vorher aber schon feststeht. Das heißt, das wird nicht verhandelt, ob der Gegenstand oder die Person lobenswürdig ist. Ganz klar, wenn man zum Beispiel denkt an eine Rede, ein Herrscherlob, eine herrscherlobende Rede, ein Fürst wird gelobt, da ist natürlich klar, dass die Tatsache, dass diese Person lobenswürdig ist, vorher immer schon feststeht. Das heißt, es gibt auch nicht das, was in den beiden anderen Redegattungen ganz zentral ist, der Gedanke der Agonalität, also des Wettstreits, des Agons zwischen verschiedenen Rednern. Das gibt es eben in der Lob- und Tadelrede auch nicht. Lausberg schreibt, eine Festversammlung, die eine Person durch einen bestellten Festredner loben lässt, wird es vermeiden, einen zweiten Redner auftreten zu lassen, der die gleiche Person tadeln würde. Das ist ein bisschen lakonisch formuliert, aber bringt das ganz gut auf den Punkt, es ist klar, eine Lobrede ist kein rednerischer Wettstreit, sondern da geht es darum, eine Person zu loben, deren Lobenswürdigkeit vorher schon feststeht. In der Tat spielt das Lob natürlich in der Geschichte der epideiktischen Rede eine ganz zentrale Rolle. Es gibt eigentlich fast nur Lobreden, sozial eigentlich auch absolut erwartbar, das ist nicht überraschend. Und wo es mehr Raum gibt, für Spiel zum Beispiel oder für etwas, was man die paradoxe Lobrede nennt, also das Lob eines Gegenstandes, der eigentlich nicht als lobenswürdig erscheint, zum Beispiel Lukians Lob der Fliege. Wie kann man eine Fliege loben? Das ist ein paradoxer Lobgegenstand. Oder Erasmus von Rotterdam, das Lob der Torheit von 1509, also auch ein Gegenstand, der eigentlich nicht lobenswürdig ist. Den zu loben, das ist ein Spiel, das ist auch eine Art Prüfstein für das rednerische Vermögen eines Redners, aber das ist sozusagen eine paradoxe Gattung. Die gibt es in der Literatur, die gibt es sozusagen in der Lebenswelt der Rhetorik praktisch nicht. Das ist, denke ich, klar, warum es das gibt. Wenn man nun überlegt, die Lobrede ist eine unterschätzte Gattung. Wenn wir überlegen, was wir unter Rhetorik verstehen, wir verstehen unter Rhetorik vor allem die Kunst der Überzeugung, die Kunst der Persuasion nennen wir das. Und Persuasion, da geht es um Veränderung, das war ja auch in dem Lausberg-Zitat relativ klar, da geht es darum, sozusagen auf ein Publikum einzuwirken, um damit etwas zu verändern, eine politische Sachlage zum Beispiel zu verändern. Ars perso vadendi. Und in dieser sozusagen ja immer eigentlich dominierenden Definition der Rhetorik ist natürlich klar, dass die Lobrede da eigentlich gar nicht richtig vorkommt. Denn in der Lobrede wird nichts verändert. Es wird etwas affirmiert. In der römischen Rhetorik, also wenn man das anguckt, auch in der Theoriegeschichte der Rhetorik, Aristoteles hat sie als dritte Redegattung, aber auch dort spielt sie keine zentrale Rolle. Sie ist eben die dritte Gattung, die marginalisierte dritte Gattung. Und wenn man dann nach Rom guckt, auch in den römischen Rhetorik-Lehrbüchern dominieren vor allem die Gerichtsreden, das ist die zentrale Gattung. Und dann die politische Rede und die Lobrede wird vielleicht behandelt aus Vollständigkeitsgründen, aber sie hat keine zentrale Rolle. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man bei Cicero guckt. Die Oratore um 55 vor Christus, berühmter Dialog. Cicero behandelt die Lobrede, weil sie in dem System reingehört. Systematisch hat sie ihren Ort. Aber er sagt, ja, zum Halten einer Lobrede braucht man eigentlich gar keine Regeln, Prezepte, braucht gar keine Theorie. Denn was man an einen Menschen loben muss, weiß ohnehin jeder, sagt Cicero. Da braucht man nicht groß nachzudenken. Das kann man quasi Naturwüchse. Oder die Regeln der Gerichtsrede, das ist etwas später im zweiten Buch, die Regeln der Gerichtsrede gelten auch für die Lobrede. Und deswegen muss man die Lobrede überhaupt nicht behandeln, weil klar ist, wer die Gerichtsrede beherrscht, der beherrscht auch die Lobrede. Weiterer Punkt, mit dem Halten von Leichenreden kann man keinen Ruhm erlangen und der letzte Punkt sagt Cicero, diese Lobredenkultur, die Kultur der Epideiktik, das ist etwas Griechisches, das ist etwas kulturell Fremdes. Und deswegen ist es etwas, was eigentlich in Rom gar keinen Platz hat. Und das verändert sich im Kaiserreich. Also im römischen Kaiserreich verändert sich das Radikal. Die Lobrede, die epideiktische Rede wird jetzt zur zentralen Gattung der Rhetorik. Also das, was marginalisiert wird, wird nun zentral. Denn es gibt einen Funktionswandel der Rhetorik im Kaisertum. Das ist jetzt keine Republik mehr. Die politischen Institutionen, Senat, haben jetzt nicht mehr sozusagen diese politische Funktion, die sie in der Römischen Republik hatten. Die Rhetorik wird ein ganz entscheidender Faktor dann im Bildungswesen im Kaiserreich, im sogenannten Deklamationswesen. Die Literatur wird rhetorisiert, also ganz von der Rhetorik her gedacht, von rhetorischen Vorschriften und Normen her entworfen. Und es spielt eine ganz große Rolle das sogenannte Herrscherlob, die Panegyrik, die panegyrische Rede. Und das war ja ein Punkt, den Kurzius in dem Eingangszitat auch schon erwähnt hatte. Etwa in dem drei Jahren Panegyrikus von Plinius. Laurent Pernod, das ist so das beste Buch, finde ich, wenn Sie das interessiert, Epideiktik Rhetoric von 2015. Jemand, der im Grunde sein ganzes Leben damit zugebracht hat, epideiktische Rhetorik vor allem im griechischen Bereich zu studieren, sagt, die Lobrede sei least important of the three genres, but its role grew exponentially, also von der Marginalisierung hin zur Dominanz. Seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert war die Lobrede, sagt Pernod, omnipresent, particularly in oratory practice, also im Praktischen dominiert die Epideiktik. Die epideiktische Rede sei Gattung einer New Global Rhetorical Order und er spricht gerade zum Triumph of Epideiktik Eloquence. Also da sieht man, wie sozusagen diese Veränderungsprozesse stattfinden im Kaiserreich. Demgegenüber sagt Pernod aber auch, es gibt eben in der Forschung vielfach auch noch so ein Narrativ, ein dominierendes Narrativ, dass das Kaiserreich in der Rhetorik so eine Age of Decline and Fall, also eine Zeit des Niederganges sei, nämlich der Verlust sozusagen der öffentlich-politischen Rede, die in der Republik eine ganz zentrale Rolle spielt. Und da ist eben Panos Vorschlag zu sagen, begreifen wir das doch mal nicht als einen Dekadenzphänomen, als einen Niedergang, sondern einfach als einen Wandel, bei dem tatsächlich nun diese ursprünglich marginalisierte Gattung nun zentral wird. Das ist sein Plädoyer, aber wenn man ihn tatsächlich in Darstellung der Rhetorikgeschichte guckt, auch heute noch, wird man sehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Zum Beispiel bei Wilfried Stroh 2009, Die Macht der Rede, ein tolles Buch, ein immer wieder erfrischend polemisch argumentierender Autor, der spricht dann zum Beispiel davon von der Kaiserzeit als Nachsommer der klassischen Redekunst. Und Nachsommer heißt ja immer, das ist Herbst, das ist Niedergang, da ist die Blüte vorbei. Und Stroh hat natürlich zum Beispiel Zizro im Blick als den römischen Meisterredner, über den er selber auch sehr viel geforscht hat. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt, nämlich zur Frage, worum geht es eigentlich in der Lobrede? Ist es ein Phänomen der Ästhetik oder ist es ein Phänomen der Pragmatik oder vielleicht beides? Und ich gehe wieder zu Lausberg zurück, Handbuch der literarischen Rhetorik, eines der wichtigsten Bücher in meinem Fach, eines der wichtigsten systematischen Nachschlagewerke. Und da geht es nochmal um diese Frage, welche Rolle hat eigentlich das Publikum? Die Rolle des Publikums als eben Entscheider, als so Kritäs oder eben als Zuschauer, als Theoros nennt man das im Griechischen. Lausberg schreibt, die Rolle des Publikums als ebenso ein Zuschauer in der Epideiktik lässt eine Rede als Kunstwerk auf sich wirken und beurteilt sie nach ihrer Kunstfertigkeit. Also was Lausberg sagt ist, die Lobrede ist eigentlich ein Kunstwerk, ist ganz auf der Seite der Ästhetik anzusiedeln. Denn die Kunstfertigkeit eines Redners wird in der Lobrede ausgestellt. Ostentatio nennt man das im Lateinischen. Das heißt, ein Lobredner kann zeigen in der Lobrede, was er eigentlich drauf hat sozusagen als Redner, was er an Formulierungskunst und stilistischen Registern zur Verfügung hat. Lausberg nennt dann das auch eine Exhibition der Redekunst mit einem etwas vielleicht mehrdeutigen Ausdruck, aber es heißt eben auch eine Demonstratio, Ostentatio oder Epidexis. Joachim Knappe in seinem Reklambändchen, was es Rhetorik nennt, die Lobrede deswegen auch Vorzeigerede. Das ist eben die Rede, die etwas ostendiert, die die Fähigkeiten des Redners vorzeigt. Und bei Lausberg, der relativ radikal eigentlich ist in seiner Interpretation der Lobrede, wird die Epideiktische Rede dann ein regelrechtes literarisches Kunstwerk, ein ästhetizistisches Kunstwerk. Und ich lese Ihnen das vor. Das Genus demonstrativum pflegt lar polar, also Kunst um der Kunst willen. Der Redner exhibiert seine Redekunst vor dem nicht zu inhaltsbezogenen Entscheidung, sondern zum Kunsturteil, zur Bewunderung aufgeforderten Publikum. Für eine exhibitionistische Rede liegen als Gegenstände, am nächsten die selbst für eine Exhibition geeigneten Gegenstände, das heißt die schönen Gegenstände. Die Exhibition der Redekunst ist also, ist so gegenständlich auf die Exhibition der Schönheit der Gegenstände orientiert. Die Schönheit der Gegenstände wird beschrieben und gelobt. Das Lob der Schönheit ist die Hauptfunktion der epideiktischen Rhetorik. Und das ist eine relativ radikale Interpretation, denn Sie sehen ja an dem Stichwort lar polar, das ist ein Stichwort aus der Literaturwissenschaft, aus der Literaturgeschichte, spätes 19. Jahrhundert um 1900, die Strömung des sogenannten Ästhetizismus, die wirklich so ein radikales lar polar, eine radikale Form der letztlich der Autonomieästhetik predigte. Die wird nun auf die Rhetorik projiziert. Also die epideiktische Rede ist ein literarisches Kunstwerk sowie ein Gedicht im Grunde von Stephan George, nicht anders. Und es gibt auch eine Gegenposition. Und das ist zum Beispiel die Position von Chaim Perlmann und Lucy Olbrecht-Stüttecker in ihrem Buch La Nouvelle Rhetorique, die neue Rhetorik von 1958. Das sind zwei belgische Philosophen. Und dieses Buch hat eben im Grunde ähnlich wie Kurtius in den 50er Jahren die Rhetorik neu begründet aus philosophischer, aus argumentationstheoretischer Hinsicht. Und interessant ist, dass die beiden Autoren auch über die Lobrede nachdenken. Und sie gehen eigentlich von so einer ästhetizistischen Position aus, die sie bei Aristoteles identifizieren, ähnlich wie Lausberg, der auch von Aristoteles ausgeht. Und sie versuchen da dann im Ausgang eine unterschiedliche, eine von Lausberg unterschiedliche Interpretation zu fahren. Sie schreiben, wir nun glauben dagegen, dass die epideiktischen Reden einen zentralen Bestandteil der Kultur der Überredung bildeten. So weit, so gut. Denn Lobreden erhöhen die Zustimmung zu den empfohlenen Werten. Also da ist ein ganz entscheidendes Stichwort genannt, Werte, Zustimmung zu Werte. So sucht der Redende eine Überzeugungsgemeinschaft, um gewisse Werte herum zu stiften. Gemeinschaft, etwas Kollektives, Überzeugungen stiften. Das ist nicht unbedingt Persuasion im Sinne dieses Wechsels, wie Joachim Knabe das zum Beispiel bestimmt, in was ist Rhetorik? Also tatsächlich der Wechsel eines mentalen Zustandes von A nach B. Der findet hier nicht statt, aber es findet doch so eine Art von Identifikation statt, eine Zustimmung statt. Also diese Werte, die der Redner in seiner Rede präsentiert müssen, zustimmungsfähig sein oder zustimmungsfähig formuliert sein. Und das deutet darauf hin, dass die Lobrede natürlich eine ganz zentrale, für das Kollektiv zentrale, pragmatische Funktion hat. Dass sie nicht bloß ästhetisch ist, sondern dass sie tatsächlich für das Kollektiv, für die Gemeinschaft eine Funktion hat. Ich werde da später noch drauf zu kommen. Und da kann man fragen, und das hängt mit den Werten zusammen, was ist eigentlich lobenswert? Was ist für die antiken Theoretiker bis ins 18. Jahrhundert hinein in der Wirkungsgeschichte der antiken Rhetorik, was ist eigentlich lobenswert? Lobenswert ist, ich hatte es eingangs schon genannt, das Edle, das Honestum im Lateinischen. Und da gibt es so eine Topik, die sich in ganz vielen Rhetorik-Lehrbüchern der Antike findet, mit drei sozusagen Bereichen, die auch graduell gestaffelt sind. Der Bereich drei ist der eigentlich zentrale. Nämlich erstens externe Aspekte. Da wird dann gefragt, was kommt einer Person durch Zufall, Glück, Unglück zu? Also Erziehung, Macht, Ruhm, Bürgerschaft, Freundschaft. Aus was für einer Familie kommt eine Person? Aus was für einem Geschlecht kommt jemand? In diesen sozusagen Gesellschaften spielt es ja das Herkommen eine ganz zentrale Rolle. Dann zweitens körperliche Aspekte. Vorteile und Nachteile, welche einer Person durch die Natur dem Körper des Menschen zuteil werden lässt. Also zum Beispiel Schnelligkeit, Kräfte, Würde, Gesundheit und auch die Gegenbegriffe. Das spielt natürlich auch in diesen Gesellschaften, weil sie auch der Krieg eine ganz zentrale Rolle spielt, spielt natürlich sowas wie Kraft und Schnelligkeit eine ganz zentrale Rolle. Und das ist auch immer verbunden in nach antiker Vorstellungen mit Schönheit und der Anmut des Körpers. Also sozusagen die Ehrenhaftigkeit, das Lobenswerte, Ehrenhafte zeigt sich eben auch in einer schönen Körpergestalt. Der dritte Bereich sind die geistigen Aspekte, also Eigenschaften, die durch Überlegung, durch eigene Überlegung, durch eigenes Denken zustande kommen. Und das sind zum Beispiel die vier Kardinaltugenden, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung oder Besonnenheit. Und diese dritte Kategorie ist deswegen ganz zentral, weil es da um die eigenen Leistungen einer Person geht. Also ob sie zum Beispiel in einer Schlacht tapfer ist, ob sie als Fürst gerecht handelt, gerechte Urteile fällt. Das heißt, diese dritte Kategorie ist die zentrale. Jetzt gehen wir noch mal weiter in dieser spätantiken Linie und gucken mal noch zu den Anlässen. Reden bei Gelegenheit heißt ja diese Vorlesung. Was sind eigentlich die Gelegenheiten, zu denen geredet wurde und in vielen Fällen auch heute noch geredet wird? Das heißt, diese Reden, epideiktische Reden, sind Gelegenheitsreden. Kasualreden kann man die auch nennen. Und es gibt analog natürlich durch die Rhetorisierung der Literatur auch in der Poesie Gelegenheitsdichtung, Kasualcarmina, Gelegenheitsgedichte, die oftmals ganz ähnlichen Anlässen folgen wie die Gelegenheitsreden. Und da gibt es ein Rhetoriklehrbuch von einem Menander, den man Menander-Retor nennt, um ihn nicht mit dem griechischen Dichter zu verwechseln, über epideiktische Reden. Das stammt aus dem dritten Jahrhundert nach Christus und dort unterscheidet eben dieser Menander 16 Gattungen der Rede anlassbezogen. Das heißt, das ist ein Rhetoriklehrbuch, was ganz praktisch orientiert ist, was orientiert ist an einzelnen Anlässen. Kaiserrede ist das Erste. Das ist die Panegyrik, das Herrscherlob. Ankunftsrede, Ansprache, Verabschiedungsrede, Hochzeitsrede, Brautbettrede, Geburtstagsrede, Trostrede, Adresse, also eine Lobrede an den Stadthalter, Grabrede, Kranzrede, also die Kranzverleihung an den Kaiser, Gesandtenrede, Einladungsrede, Abschiedsrede, die Monodie, also die Klagerede und die smintische Rede. Das ist das Lob des Apollon. Das heißt, hier kann man sehen, wie sozusagen eine Rhetorik dann um Anlässe, um ganz praktische Anlässe herum gruppiert wird und es finden sich dann in dieser Rhetorik zu jeder dieser 16 Redegattungen dann sozusagen Rezepte, Vorschriften, wie man so eine Rede anlegen soll, wie sie gegliedert werden soll, welche Topräume man verwenden soll und wie man sie ausarbeiten soll. Aufgaben der Lobrede, das ist jetzt nochmal zentral, hatte ich auch schon ja drüber gesprochen. Die Lobrede hat tatsächlich eine ästhetische Seite, aber sie hat eben auch eine ganz pragmatische Seite. Sie hat ganz konkrete soziale Funktionen. Zum Beispiel die Darstellung von Herrscherrepräsentation im Zeremoniell, was es schon in der Antike gibt, im Herrscherlob. Sie hat die Aufgabe des Herstellen und Ausstellen dynastischer Kontinuität, zum Beispiel in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Huldigungsrede, die tatsächlich so ein Link ist in der dynastischen Kontinuität, eine Erneuerung von dynastischer Kontinuität durch Rede darstellt. Dann modelliert natürlich die Lobrede soziale Affekte wie Trauer und Freude. Trauer bei der Trauerrede, Freude in der Hochzeitsrede zum Beispiel. Sie stiftet Sinn, also sie gibt diesen Anlässen einen höheren Sinn. Sie dient der Vergemeinschaftung von Kollektiven. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Memorialkultur, also beim Andenken, bei der Bildung, beim Erhalt von Kollektiven durch Bezug auf Vergangenes. Sie dient dazu, gesellschaftliche Werte, Moralvorstellungen zu verhandeln, zu vermitteln, zu affirmieren. Also auch das ist eine ganz, ganz zentrale Funktion von Lobreden, sozusagen den Wertehaushalt einer Gesellschaft am Laufen zu halten, sozusagen, wenn man etwas flapsig formuliert. Und es gibt dann auch etwas, was in der Panegyrik eine große Rolle spielt. Das ist die sogenannte Paränese, also die Ermahnung, die Funktion der Ermahnung, die Formulierung von Normen, von ethischen Werten, die der Lobredner quasi für den Fürsten formuliert und an denen sich der Fürst dann messen muss. Hier hat dann auch die Lobrede eine Nähe dann zu Literaturgattungen wie dem Fürstenspiegel. Also das ist eine ganze Reihe wichtiger sozialer Funktionen, in die die Lobrede sozusagen dann eingebaut ist und zu denen sie beiträgt. Und da kann man fragen, eine Lobrede ist Affirmation, hatte ich ja genannt. Welche Macht hat jetzt eigentlich der Lobredner? Ist der Lobredner einer, der dem Fürsten nur nach dem Mund spricht? Welche Rolle hat er eigentlich? Und man kann sagen, natürlich der Großteil der Lobreden hat diese affirmative Funktion, das ist klar. Aber es gibt auch sozusagen die Möglichkeit einer Subversion, denn der Lobredner kann zum Beispiel das Sprachrohr der Gesellschaft sein, indem er bestimmte Werte als normativ setzt. Das ist eben diese Nähe zur Fürstenspiegelliteratur und er kann sozusagen einem schlechten Fürsten, im begrenzten Rahmen natürlich, auch den Spiegel vorhalten. Er kann bestimmte Werte besonders hervorheben, als indem er sozusagen ja ponderiert, wenn man so will, in seiner Lobrede und er kann dadurch auch implizite Kritik äußern und artikulieren, indem er ein Bild eines idealen Fürsten zum Beispiel in einer Lobrede vorstellt, dem der lobende zu lobende Fürst augenscheinlich nicht gehorcht. Also er kann diese Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit in seiner Lobrede im bestimmten Rahmen eben auch herausstellen. Und er kann auch ein politisches Anliegen artikulieren in einer Lobrede, auch im Rahmen dessen, was eben politisch möglich ist. Das heißt, man sieht auch Lobreden können auch solche Gattungshybride bilden, also Mischungen aus Lobrede und politischer Rede. Damit zu dem Punkt Ästhetik und Pragmatik abschließend. Leithese unseres Projektes, was ich mit Katharina Geisler, die die Mitarbeiterin ist im Projekt, verfolge, ist eben diese beiden Aspekte, die in der Forschung immer so getrennt werden, miteinander mal zu kombinieren. Denn unsere These ist, die arbeiten im Text zusammen. Also Pragmatik und Ästhetik der Lobrede sind in so einem dynamischen Verhältnis und die Lobrede funktioniert, ist quasi nur akzeptabel für die Zuhörer, weil eben beide Aspekte zusammenkommen. Der Zentralbegriff der Lobrede überhaupt ist dabei der sogenannten Amplificatio. Das ist das textuelle Verfahren der Lobrede, also das Steigern, das Intensivieren, auch das emotionale Intensivieren einer Sache. Und eines dieser Verfahren der Amplificatio ist zum Beispiel der Vergleich, die Amplificatio. Zum Beispiel durch Rückgriff auf die Geschichte, wenn man sagt, ja, da gibt es Exempel in der Geschichte von heldenhaften Fürsten, denen soll unser Fürst nachfolgen und er folgt nach. Er ist so tapfer wie, oder tapfer wie, mit dem Ziel, also historische Exemplar mit dem Ziel natürlich, dass der Fürst das möglichst überbieten soll. Und da kann man sagen, pragmatisch muss natürlich dieses Vergleichsobjekt entsprechend gewählt werden. Der Vergleich muss, ein bisschen flapsig formuliert, passen. Er muss geeignet sein, eben den Fürsten zum Beispiel zu loben in einer bestimmten Weise. Es muss aber auch ästhetisch gut gemacht sein. Das ist dann diese Ostentation der Kunstfertigkeit. Der Vergleich muss also textuell amplifizierend so ausgestaltet sein, dass er plausibel ist, dass er ästhetisch eben textuell ansprechend ausgestaltet ist, dass er vielleicht überraschend ist, dass er raffiniert ist, dass diese Bezugnahme, diese Relationierung zum Beispiel des Fürsten zur Vergangenheit ja eben nicht langweilig ist, nicht ein Vergleich ist, der immer gemacht wird, der immer schon da ist, sondern dass es ein überraschender und neuer Vergleich ist. Und das wäre dann sozusagen eine ästhetische Dimension. Und beide bedingen sich eben gegenseitig und wirken eigentlich zusammen, müssen zusammenwirken, damit die Lobrede als solches rhetorisch ihr Ziel, ihren Zweck erreicht. Damit komme ich zum dritten Kapitel, zu einem praktischen Beispiel nochmal. Gottscheids Trauerrede auf Dorothea Schütz von 1725. Das ist eine der Lobreden, die wir in dem Projekt untersuchen. Es gibt tatsächlich tausende von Lobreden im 18. Jahrhundert. Wir schätzen mit mindestens 6.000, 7.000 Lobreden, die zum Teil auch in Bibliothekskatalogen erfasst sind und die bisher von der Forschung praktisch überhaupt nicht erforscht worden sind. Kurz zu Gottscheid. Germanisten kennen den Namen natürlich, weil ein wichtiger Literaturtheoretiker, Dramatiker, Literaturorganisierer, viele Zeitschriften herausgebracht, viele Literaturprojekte, wenn man so will, gestartet im 18. Jahrhundert in Leipzig. Er ist geboren um 1700 im Herzogtum Preußen, stammt aus einer Theologen-Pfarrersfamilie. Das Pfarrerhaus ist ja sozusagen der Keim der Aufklärung und ist 1766 in Leipzig gestorben. Er ist 1724 aus Preußen geflohen nach Leipzig, weil er groß war und sozusagen nicht zur Armee wollte, zu den langen Kerls wollte, ist er nach Sachsen geflohen, hat dort relativ schnell Anschluss gefunden an intellektuelle Kreise im Rahmen der Universität. Er hat, dafür ist er bei Germanisten berühmt, aber auch berüchtigt geworden, 1729, 30 den Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen publiziert, eine Poetik, eine Literaturtheorie, eine Reformpoetik, wenn man so will. Er ist dann in Leipzig außerordentlicher Professor für Poetik und Rhetorik geworden. Damals gab es sie noch außerhalb Tübingings, die Rhetorikprofessoren. Später dann für Metaphysik und Logik, also die Philosophie stärker gegangen. Er hat eine Reihe von Rhetorik-Lehrbüchern tatsächlich publiziert. Ich nenne nur die Namen. Ausführliche Redekunst 36, Vorübungen der Beretsamkeit 54 und die akademische Redekunst 59 und er hat 1749 seine Reden gesammelt in einem umfangreichen Band herausgebracht, gesammelte Reden in dreien Abteilungen. Sie sehen rechts das Titelblatt und die drei Abteilungen habe ich ihn unten abgedruckt und da sieht man noch diese Gattungstypologie, diese anlassbezogene Gattungstypologie, wie wir sie bei Menander Rhetor finden, finden wir hier ganz ähnlich. Also die hat nicht furchtbar viel anders gedacht am Mitte des 18. Jahrhunderts über die Gattungssystematik der Rede. Erstens Lob und Gedächtnisreden, daraus ist die Rede auch die wir gleich uns näher anschauen möchten. Leichenreden, Trostschriften, vermischte Reden, darunter fasst Gottsche zum Beispiel Huldigungsreden, Bewillkommungsreden, Glückwünsche, Strohkranzreden, also zum einjährigen Hochzeitsjubiläum normalerweise, aber auch so Dinge, die sozusagen in die Richtung eines Sachvortrags schon gehen, aber eben eine Art epideiktischen Sachvortrag, zum Beispiel eine Rede zum Lobe der Weltweisheit. Die Weltweisheit ist die Philosophie. Damit etwas näher zu der Rede, die Leichenrede auf Dorothea Schütz. Sie sehen rechts die erste Seite daraus. Der Anlass war das Begräbnis der jungen Dorothea Schütz, geborene Schreiter, am 19. April 1725. Das heißt, das ist die Gattung der Leichenrede. Der Ort ist die Paulinerkirche in Leipzig, die Universitätskirche. Ich zeige Ihnen gleich noch zwei Abbildungen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie das damals war. Vom Raumeindruck und vom Gebäude. Also die offizielle Universitätskirche. Der Funktionsbereich. Im Projekt unterscheiden wir verschiedene Funktionsbereiche. Hof, deutsche Gesellschaften, Schule, Universität, dann so geheime Gesellschaften im 18. Jahrhundert. Das ist eine Rede, die im Funktionsbereich von Schule und Universität gehalten wurde. Das ist auch schon in der Anrede dann, klar, weil Gottschicht den Rektor anredet. Aber man sieht zugleich, wie die Universitäten eben auch im Grunde so eine bürgerliche Stadtgesellschaft auch mit bedient haben. Man muss sich bei Reden immer fragen, also bei gedruckten Reden ist der Text der Rede authentisch. Wir haben natürlich aus der Zeit keine Tondokumente, das ist klar. Wir haben aber auch keine, so was wie wir heute Parlamentsprotokolle haben. Das haben wir aus der Zeit natürlich auch nicht. Das kommt erst im 19. Jahrhundert mit dem Parlamentarismus dann. Das heißt, wir wissen nicht, ob Gottschicht diese Rede genau so in dieser Textgestalt gehalten hat. Auf dem Titelblatt steht nochmals von ihm selbst übersehen und verbessert. Das macht uns schon ein bisschen stutzig und skeptisch, ob tatsächlich Gottschicht die Rede in dieser textuellen Gestalt auch so gehalten hat. Das heißt aber zugleich, das sind für Gottschicht eben der Zweck dieser Redensammlung ist jetzt nicht etwas zu dokumentieren, eine Rede, die er gehalten hat, zu dokumentieren, sondern was er möchte, ist eben Exempel, Beispiele, Vorbilder für Reden in diesem Band abdrucken. Das ist ja auch eine alte rhetorische Tradition, Texte als Exemplar, wie man es macht. Der Umfang der Rede beträgt in dieser Sammlung von 49 13 Seiten. Das ist eine relativ, also vom Umfang her relativ wenig. Das hängt mit dem Gegenstand zusammen, dass es eine bürgerliche ist, vielleicht auch eine Frau ist. Wenn man anguckt, Reden auf Fürsten und ich habe mir auch überlegt, ob ich Reden auf Fürsten hier behandeln möchte, also diese panegyrische Tradition der Epideiktik, da haben wir oft Reden, die sind 30, 40 Seiten lang. Die können so eigentlich niemals gehalten worden sein. Und da ist eben die Länge der Rede auch ein Maß letztlich für so etwas wie eine Art ständisches Dekorum. Dem Fürsten aufgrund seiner, seiner, seiner Hierarchie in der Ständegesellschaft ist eben angemessen eine Rede, die auch entsprechend lang ist. Das ist hier nicht der Fall, weshalb sie sich als Exemplum für so eine Ringvorlesung auch besonders gut eignet. Ich zeige Ihnen noch zwei Bilder von der Leipziger Paulinakirche. Die ist ja 68 gesprengt worden in der damaligen DDR, mittlerweile restauriert, also neu aufgebaut, also wieder errichtet sozusagen. Links sehen Sie einen kolorierten Kupferstich von 1749. Da kann man sich das von außen mal angucken und innen. Das ist eine Aufnahme vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Das sozusagen der Inneneindruck, das ist das Mittelschiff von der Ostseite. Der Inneneindruck vom Gebäude war im 18. Jahrhundert natürlich schon so, als Gott steht die Rede gehalten hat, 1725. Aber es sind im 19. Jahrhundert eben zahlreiche Umbauten, was das Anterieur an Land vorgenommen worden. Aber sozusagen der Raumeindruck als solcher war damals eben ähnlich. Und damit gehen wir zur Lobrede selbst. Und ich denke, es ist eine Lobrede, die, und das machen auch viele sozusagen Exemplare dieser Gattung, eine Lobrede, die auch über die Lobrede selber reflektiert. Und ich werde in dem, was uns als Zeit noch übrig bleibt, ein bisschen durch diese Rede durchgehen. Wenn Sie die selber lesen wollen, es gibt ein Digitalisat im Internet. Das können Sie einfach an jedem, in jeder Suchmaschine suchen. Gott steht gesammelte Reden. Dann kann man sich das als PDF runterladen und selber lesen. Wie ist die Rede aufgebaut? Ich gehe jetzt mal in so einem Dreier-Schema vor und nehme also Ex-Audium und das, was man dann manchmal Narratio nennt in der Rhetorik. Das gibt es hier nicht, weil die Narratio ist ja die Fallschilderung in der Gerichtsrede. Aber hier gibt es doch so etwas wie eine Art Proposition, in dem sozusagen Programm vorgestellt wird. Gott steht beginnt, wenn man sich das vorstellt, in dieser sozusagen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, spricht vom Anblick dieser gottgeheiligten Städte. Er schildert den Eindruck der Trauergesellschaft. Er spricht an die zahlreiche Menge von Zuhörern, die sich dort finden im Kirchenraum. Und er spricht über sich selber mit einem, sagt er hat einen heiligen Schauer, während er die Rede hält. Das heißt, er reflektiert über seine eigene, über seinen eigenen sozusagen Zustand. Und das ist etwas, was tatsächlich ein Topos ist. Das ist ein Topos der Lobrede, ein Topos der Bescheidenheit, ein Bescheidenheitstopos, der für die Lobrede ganz zentral ist. Und solche Bescheidenheitstopos kommen in der Rede von Gottschied auch mehrfach nochmal vor. Bescheidenheitstopos heißt, der Redner sozusagen inszeniert sich als ein Zweifelnder, der an seiner, sozusagen der Größe seiner Aufgabe, diesen Lobgegenstand angemessen loben zu müssen, quasi verzweifelt. Und das macht Gottschied eben auch, indem er sagt, das heilige Schauer, wie soll ich hier nur eine Lobrede halten? Das ist alles so ein großer Raum, es sind so viele Leute da. Er hat dann einen Ansatz, einen allgemeinen Ansatz, der ganz schnell ins Erbauliche geht. Also Gottschied argumentiert hier ganz klar von der christlichen Religion her, vom Protestatismus her. Grunde ist die Rede auch eine Art Exemplar der Erbauungsliteratur. Es geht ganz zentral um die Vergänglichkeit des Menschen. Das ist klar, die Dorothea Schütz ist mit Mitte 20 ungefähr gestorben. Also ein ganz sozusagen ein Gegenstand, in dem sich natürlich diese Frage des Todes, der Sinnstiftung besonders stellt. Das malt er auch tatsächlich textuell ganz eindrucksvoll aus, mit so mittelnde Evidencia, der Anschaulichkeit. Er spricht vom Strom der Zeiten, vom Schlunde dieses Grabes. Also auch da sozusagen eine Anschaulichkeit, die er in den Text reinbringt. Und er setzt in diesen Anfangspassagen, in dieser Einleitung zur Rede immer wieder sozusagen an mit Passagen, die reflektieren über seine Aufgabe als Redner, als Trauerredner. Fragt sich, wo soll er eigentlich ansetzen? Also er inszeniert sich als ein Zweifel. Und er fragt ja, soll er jetzt ansetzen an den Scheingütern dieser Welt, zum Beispiel am Besitz? Und das wird als zurückgewiesen, als Schein, als scheinhaft zurückgewiesen. Dorothea ist nämlich eine rechtschaffende Christin, sagt er. Das heißt, er macht in diesen Einleitungspassagen auch eine Reflexion über die Lobrede selber, über die Bedingung der Lobrede, über die Frage, ob eine Lobrede ehrlich sein muss. Es gibt auch einen Diskurs über die Ethik der Lobrede. Denn eine Lobrede ist natürlich immer eine, die auch ein Stück weit übertreibt, die etwa das Lob auch ein Stück weit überspannt, die vielleicht manchmal Dinge lobt, die gar nicht da sind. Das heißt, es gibt hier sozusagen einen Diskurs, was ist eigentlich wirklich zu loben? Was ist der Kern des Lobs? Gottschitz spricht von der eitlen Kunst der Lobrede. Und er sagt, eine Rede auf Dorothea muss eigentlich diese Kniffe, die Kunstgriffe der epideiktischen Rede, der Lobrede, der gleichen Kunstgriffe, sagt er, gar nicht verwenden. Das heißt, es ist auch eine Kritik an der Praxis der Lobrede, die quasi Dinge lobt, die gar nicht lobenswert sind. Das ist eine Richtung, die Gottschitz dann auch in seiner Rhetorik der ausführlichen Redekunst von 1736 ganz vehement formuliert. Eine Absage im Grunde an alles Unehrliche in der Lobrede, an alles, an so ein Lobreden fake würden wir das heute vielleicht sagen. Und warum kann er das machen in seiner Lobrede? Weil Dorothea es gar nicht nötig hat. Denn Dorothea braucht man gar nicht sozusagen mit der eitlen Kunst der Rhetorik loben, denn sie ist von sich aus schon so lobenswert. Und das ist, was er dann im Mittelteil macht. Es geht nicht darum, sie wegen fremder Verdienste zu loben, zum Beispiel die Familie, aus der sie kommt, oder ihr Aussehen, sondern er lobt sie aufgrund ihrer inneren Werte als exemplarische Christin. Das ist das, was er dann im Mittelteil ausführlich macht. Es geht um Dorotheas Herkunft wieder. Das verbindet Gottschitz wiederum mit Kritik an den Topper der Lobrede. Das ist diese erste dieser drei Kategorien, die ich Ihnen vorher genannt habe. Woher kommt eigentlich jemand? Aus welcher Familie kommt er? Kann man jemand loben, weil er aus einer berühmten Familie kommt? Das lehnt Gottschitz ab, wie gesagt. Das lehnt er auch hier nochmal ab. Und er lobt Dorothea aufgrund einer naturgegebenen Frömmigkeit. Also er lobt sie aufgrund von inneren Werten. Das ist also die dritte Kategorie. Insofern ist er hier auch ganz in der Tradition. Ich lese eine Passage vor. Man sah an ihr eine Frömmigkeit, die in allem Anliegen ihre Zuflucht zu Gott nahm. Eine reine Unschuld, die sich alle Zeit in den Schranken einer strengen Tugend erhielt. Eine wahre Klugheit, welche das Wahre vom Falschen und das Schätzbare vom Nichtswürdigen genug zu unterscheiden wusste. Und eine unermüdete Aufmerksamkeit, einem jeden dasjenige zu leisten, was sie ihm schuldig war. Weiter, paar Sätze später. Hier war kein leerer Schein. Da wieder sozusagen Dorothea wird gelobt, weil sie diese Werte tatsächlich hat. Die ist tatsächlich innerlich eine absolut lobenswerte Person. Und da wird so ein bisschen durchgegangen, diese Vorbildhaftigkeit von Dorothea. Es wird genannt der Ehemann, die Kinder. Sie hatte sieben Kinder, fünf Töchter, zwei Söhne. Das tugendhafte Leben im Sinne sozusagen, das christliche Wertideale wird hier vorgestellt. Und am Ende, in der Conclusio dieses sozusagen Mittelteils der Rede, wird dann Dorothea eben ausgestellt als Exempel, als absolutes Exempel, als Vorbild einer Ehefrau, als ein absolutes und im Grunde auch fast nicht zu erreichendes, fast nicht zu überbieten, das Ideal. Und dieses wird dann nochmal in der Schlusspassage überboten. Also da sieht man auch wieder sozusagen diese Textverfahren der Amplifikatio, des Überbietens, des immer Dinge nochmal auf die Spitze treibens, des noch mehr Lobens. Das macht dann, Gott steht, in der Schlusspassage. Da wird das Lob Dorotheas noch einmal hyperbolisch übertrieben. Und das lese ich jetzt auch nochmal vor. Ich werde aber mit wenigem ein Vieles sagen, wenn ich erwähne, dass man jederzeit an ihr wahrgenommen, eine Reinlichkeit ohne Pracht, eine Sorgfalt ohne ein ängstliches Misstrauen, eine Sparsamkeit ohne Geiz, eine Freigebigkeit ohne Verschwendung, einen Ernst ohne Grausamkeit, eine Liebe ohne Niederträchtigkeit, eine Sanftmut ohne Unempfindlichkeit und eine christliche Zufriedenheit ohne ein sorgloses und sicheres Wesen, welches die besten Familien zugrunde richtet. Doch auch dieses ist noch zu wenig gesagt. Da geht es nochmal darum, das reicht noch nicht, ich muss noch mehr steigern, ich muss noch mehr amplifizieren. Doch auch dieses ist noch zu wenig gesagt. Denn wo bleibt ihre ungeheuchelte Demut, ihre milde Wohltätigkeit gegen die Armen, ihre Liebe zu Gottes Wort und ihre unaufhörliche Geduld, dadurch sie so manchen Zufall mit standhafterm Gemüt ertragen, als wohl weibliche Kräfte zu versprechen, geschienen. Und Dorotheas Krankheit, sie ist an einer Krankheit eben jung gestorben und ihr Tod, sind dann sozusagen für Gott steht das ultimative, dann eben auch nicht mehr steigerungsfähige Beispiel dafür, dass es hier um eine Art von christlicher Heldin gibt. Es gibt eine Art von christlicher Konstantia, also von Standhaftigkeit als Tugendideal. Geduld wird dort angesprochen im Text, durch das Vorbild von Jesus, Trost im Leiden zu finden. Also das ist dann sozusagen eine Schlusspassage, findet Dorothea dann, wie Gott schätzt, sie lobt, Trost im Leiden Jesus in der Erinnerung des Leidens von Jesus und Dorothea stirbt am 7. April, dem Todestag von Jesus und findet darin natürlich Erfüllung, christliche Erfüllung und eine Form der Sinnstiftung, die Gott steht dann am Ende sozusagen dieses Hauptteil seiner Rede, mit der er schließt. Dann kommt der Schluss. Jetzt wird sozusagen von Dorothea übergeblendet auf die Trauergemeinde natürlich. Dorotheas Tod wird sinnhaft, also das ist sozusagen die zentrale Aufgabe von Gott steht, also die soziale Aufgabe, diesem Tod etwas Sinnhaftes abzugewinnen. Sie wird dadurch sinnhaft, dass sie eben durch ihren Tod ein moralisches Exempel darstellt. Ein moralisches Exempel im Leben, aber auch in ihrem Sterben, in ihrer sozusagen Orientierung auf Jesus als Vorbild im Sterben. Sie ist Muster, schreibt Gott steht in seiner Rede. Das heißt, die Rede endet dann mit Troststiftung für die Gemeinde, für die Trauergemeinde, die im Kirchenraum ist. Sie spricht an die Gemeinschaftsbildung. Die Trauergemeinde wird angeredet, adressiert von Gott steht. Und es geht auch um Affektmodulierung sozusagen. Also Gott steht spricht auch über die Affekte und wie man mit der Trauer umgehen soll. Und es geht eben um die Musterhaftigkeit von Dorothea als sozusagen Exemplum einer christlichen Heldin. Sie ist nämlich Vorbild nicht nur für andere Frauen, sondern sie ist überhaupt Vorbild. Sie ist auch Vorbild für Männer. Und das ist eine Passage ganz am Schluss, über die man nochmal nachdenken kann. Sie ist Vorbild auch letztlich für die Fürsten, die Fürstenhöfe und die Praxis der Panegyrik an den Fürstenhöfen. Denn Dorothea sozusagen Tugend ist so hoch, dass sie ein absolutes, nicht mehr steigerungsfähiges Tugendideal darstellt und damit auch ein Vorbild für Fürsten und Fürstenhöfe und deren Personal darstellen kann. Und das ist im Grunde ein aufklärerischer Gedanke, der sich hier am Ende dieser Rede schon quasi 1725 Bahn bricht, die Gleichheit der Menschen. Damit komme ich tatsächlich zum Schluss. Das ist nochmal Gottscheid. Gottscheid hat eine Reihe von Reden gehalten. Das war jetzt eine Rede auf eine Frau. Es gibt auch Reden auf Königin und auf Hötzigin, also auch im Bereich des Hofes gibt es Reden auf Frauen. Der größere Teil ist natürlich Reden auf Männer. Das ist klar, das ist die sozusagen patriarchalische Gesellschaft der Vormoderne. Solche Reden gibt es tatsächlich sehr viele. Ich habe gesagt, 6.000, 7.000 Reden haben wir bibliografische Nachweise und sie sind bis heute fast überhaupt nicht erforscht. Es gibt im Grunde überhaupt keine Forschungsliteratur über die Redekultur des 18. Jahrhunderts. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, Sie fanden es spannend und interessant. Bedankt mich für Ihre Geduld. Wie immer in diesen Zeiten, sage ich auch in meine Vorlesung auf YouTube, können Sie das nachhören, wenn Sie wollen. Bleiben Sie gesund und Tschüss.